Warm, blubbernd und mit Duft. Wer Wellnissen will, muss das Haus nicht mehr verlassen. Ob drinnen oder draußen, Whirlpools können ein ganzes Jahr lang genutzt werden. Genau so lang hält auch die Qualität des Wassers. Es ist so, dass er drei verschiedene Pumpen hat, plus UV-Einkämmung. Das heißt, man hat wenig Chlor im Becken. Im Außenbereich wechselt man dadurch nur zweimal im Jahr das Wasser und im Innenbereich nur einmal. Die Düsen sind ausnehmbar. Man kann es auch reinigen schön. Die Stromkosten liegen zwischen einem Euro und einem Euro 50 pro Tag, je nach Ausstattung. Und die gibt es von der einfachen Düse bis zu Licht- und Aromatherapie. Die schaut im Endeffekt so aus. Ein Sackerl mit Luftperlen drinnen. Das ist, wenn man das Luftperlenbad aktiviert, saugt er darüber die Luft auch und gibt es eben beim Wasser weiter und man hat immer einen schönen, angenehmen Duft dabei. Und das kann vor dem Kauf auch getestet werden. Beim Pooldoktor in Linz-Süd darf man nämlich Probe baden. Pooldoktor in Linz-Süd